Im Landesgericht Korneuburg hat am Montag ein Mordprozess gegen einen mittlerweile 45-jährigen Mann begonnen. Dieser soll laut Anklage im September 2015 in seiner Wohnung in Wien-Währing seinen um zwei Jahre jüngeren Stiefbruder mit einer Pistole vorsätzlich erschossen haben. Der 45-Jährige selbst, hier beim Lokalaugenschein zwei Monate nach der Tat, hat bisher allerdings stets von einem Unfall gesprochen. Er habe seinem Stiefbruder seine Pistole gezeigt. Beim Hantieren habe sich unabsichtlich ein Schuss gelöst. Reichlich Alkohol sei im Spiel gewesen. Wenn man dann sagt die Wahrheit, er hat immer gesagt, das an was ich mich erinnern kann, das sage ich. Ich will ihn nicht verstellen, ich will nichts anderes sagen. Ich will selbst zur Aufklärung beitragen. Laut einer Expertin für Blutspurenanalyse kann sich aber der Tathergang nicht so zugetragen haben, wie ihn der Verdächtige bei der Tatrekonstruktion geschildert hatte. Die Schussabgabe muss von einer anderen Position erfolgt sein. Die Blutspuren sprechen nach Ansicht der Sachverständigen gegen einen Unfall. Die Gutachterin sagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass nicht so wie er sagt, gesessen oder vor dem Küchentresen gestanden ist, sondern dahinter. Das sei wahrscheinlicher. Nur, das ist ja an sich bringt das ja überhaupt nichts. Denn ich kann unabsichtlich im Glauben, es ist keine Patronen im Lauf abdrücken, vor oder wohinter, wo ich stehe, wenn ich betrunken bin. Das kann ja an sich zur Aufklärung überhaupt nichts beitragen, ein Sachverständiger. Das Motiv für die Tat Eifersucht, so zumindest die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass seine Frau, mit der er bis 2015 verheiratet war, mit seinem Stiefbruder ein sexuelles Verhältnis hatte. Dafür gibt es allerdings keine Beweise. Man beruft sich dabei auf WhatsApp-Nachrichten, die mein Mandant mitgelesen haben soll. Das geht gar nicht, das wird nicht synchronisiert. Aber sogar wenn er sie gelesen hat und Sie, Frau Redakteurin, lesen diese Nachrichten, würden Sie am Schluss noch einen Satz sagen, wo soll da Eifersucht herkommen? Und da eben diese Frau eine bei der Staatsanwaltschaft Wien tätige öffentliche Anklägerin ist, wurde der Prozess aus Befangenheitsgründen nach Chorneuburg delegiert. Jetzt erst, eineinhalb Jahre nach der Tat, kann die Verhandlung stattfinden. Er war zuerst in Haft, danach wurde er acht Monate enthaftet, weil man immer ein Motiv gesucht hat, keines gefunden hat. Dann hat man eine Gutachterin aus Deutschland genommen, die sagt, na wahrscheinlicher ist etwas anderes, als was er sagt. Und deshalb wurde er verhaftet und jetzt findet der Prozess statt. Auf der Zeugenliste findet sich die Ex-Frau des Angeklagten aber überraschenderweise nicht. Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte den Tötungsvorsatz bestritten. Er bekannte sich der fahrlässigen Tötung schuldig. Der Mordprozess ist auf drei Tage anberaumt. Ob die Causa Mittwoch tatsächlich urteilsreif ist, scheint fraglich.